Antidysgraticum. Antidysgraticum ist die Bezeichnung für ein Mittel, das der Dysgrasie entgegenwirkt. Eine Dysgrasie ist eine Veränderung des Gleichgewichts der flüssigen Bestandteile des Körpers. Eine Dysgrasie wird insbesondere in der Viersäftelehre bezeichnet, eine Veränderung des Gleichgewichts der Kardinalflüssigkeiten, also Blut, Schleim, Gelbe und Schwarze Galle. Und Antidysgratica sind also Mittel, die der Dysgrasie entgegenwirken. Die Antidysgratica sollen also auf verschiedene Weise eine Normalisierung des Stoffwechselgeschehens bewirken. Antidysgratica werden auch bezeichnet als Blutreinigungsmittel. Antidysgratica haben Ähnlichkeiten mit Konzepten aus dem Ayurveda. Dort wird auch gesprochen von Vata, Pitta und Kapha und davon, dass wenn die Vata, Pitta und Kapha aus ihrem natürlichen Gleichgewicht, Prakriti, herauskommen, dass das zu Krankheiten führt. Und so wurde in der Viersäftelehre in diesem Aspekt der Medizin viele Krankheiten auf das Durcheinanderkommen der Viersäfte, also die Dysgrasie geschoben. Und dann wurden verschiedene Methoden entwickelt, um die Dysgrasie zu beheben. So ähnlich gibt es auch im Ayurveda, zum Beispiel Rasayana oder Panchakarma oder auch kleine Amakur. Die hilft, dass die Doshas wieder in ihr natürliches Gleichgewicht in Prakriti hineinkommen. Und man kann auch im Ayurveda verschiedene Mittel nutzen, um einem Ungleichgewicht entgegenzuwirken. In der Naturheilkunde gibt es verschiedene Antidysgratica. Dort gibt es insbesondere sogenannte Phytotherapeutika, das heißt also Pflanzenstoffe. Diese sollen helfen, schlechte Körpersäfte auszuleiten und sollen so den Körper zur Selbstheilung anregen. Dazu gehört insbesondere der traditionellen Phytotherapie, Pflanzenheilkunde, Löwenzahn, dann auch Brennnessel und dann auch zusätzlich noch Radik. Moment. Dann gehört auch noch zum Beispiel Solanum, Dulcamara und andere dazu. Ja, soweit zum Antidysgratikum von Ayurveda und Schulmedizin. Im Yoga würde man sagen, eine natürliche Lebensweise, eine gesunde Ernährung hilft, dass gar keine Dysgrasie entstehen kann. Und wenn man außerdem jeden Tag Yoga übt und Tiefenentspannung übt, das hilft, dass der Körper von selbst ins Gleichgewicht kommt. Außerdem kann man einmal im Jahr fasten und auch fasten hilft, dass Stoffwechselprodukte ausgeschieden werden und dass der Körper sich regeneriert. Wenn man nicht ein volles Fasten machen kann, gibt es das sogenannte intermittierende Fasten, also zum Beispiel zwischen 19 Uhr und 11 Uhr nichts zu essen. Oder man kann auch einen Tag die Woche nichts essen. All das hilft, dass der Körper wieder ins Gleichgewicht kommt. Man könnte auch sagen, auch Kriyas können als hervorragendes Antidysgratikum dienen. Kriyas sind Reinigungsübungen im Yoga. Da geht es von Kapalabhati, Schnellatmung, über Bauchbewegung, Agnisara, bis zuletzt auch Einlauf, Basti und weitergehende Techniken wie zum Beispiel Schankprakshalana, welches eine Art Salzreinigung des ganzen Organismus ist. Eine Menge von Methoden, letztlich alles auszuschwemmen aus dem Körper, was dem Körper nicht zuträglich ist. Kriyas sind letztlich Techniken, um die Ausscheidungsorgane des Körpers zu stärken, dass alle natürlichen Ausscheidungsprozesse verbessert werden. Und wenn der Körper so besser seine Stoffwechselprodukte loswerden kann, dann stellt sich ein Gleichgewicht von selbst ein.